Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mit so viel Hoffnung, mit so großer Erwartung war sie in diese Beziehung hineingegangen. Sie hatte eine bestimmte Vorstellung gehabt, wie das werden sollte. Aber schon bald merkte sie, das ist es nicht. Da kommt nicht das, wonach ich mich gesehnt habe. Das ist es nicht. Aber die Sehnsucht war groß. Der Hunger nach Leben, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Erfüllung. Aber es kam nicht. Und dann tat sie etwas, was zu dieser Zeit dermaßen verpönt war. Wie konnte sie nur. Aber der Hunger war so groß und sie dachte sich, es liegt einfach an diesem Gegenüber. Ich werde das austauschen. Ich suche mir einen anderen. Und sie stellte fest, dieser Zauber des neuen Anfangs, das ist was. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Kennt ihr diesen Zauber des neuen Anfangs? Das ist schon was Herrliches. Das ist so vergleichbar mit diesem Schwefelhölzchen. Manches Mal funktioniert der Anfang gar nicht. Dann wirft man einfach die Beziehung weg und sucht die Nächste. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Ah, das brennt. Es brennt. Und an diesem Feuer kann man sich wärmen. Es ist heiß. So richtig heiß. Und man genießt es. Und man freut sich. Es brennt. Und brennt. Und aus. Und das ist die Tragik. Das ist die Streichholzerfahrung. Und das hat sie erlebt. Kaum begonnen, schon zerronnen. Dann kam die Nummer drei. Und dann stellte sie fest, da gibt es viele Vorteile. Der dritte, der macht das fein, aber das macht eigentlich schlechter wie der vorige. Und wenn sie es mit dem ersten vergleicht, der hat ja auch seine guten Seiten. Und seine negativen auch. Man hätte so von allen dreien das Positive gebraucht und von allen dreien das Negative auf den Misthaufen der Geschichte. und ihre Idee war, naja, jetzt waren sie erst drei. Die Nummer vier wird es sein. Und als sie die Nummer vier hat, stellt sie fest, ist eigentlich dasselbe wie bei eins, zwei, drei. Ja, aber das gibt es doch nicht, dass alle so sind. Die Nummer fünf wird es sein. Und wieder dasselbe. Und jetzt hat sie die Nummer sechs gerade, als sie feststellt, wieder dasselbe. Und die Abstände wurden immer kürzer. Das nach immer kürzerer Zeit hat sie gemerkt, das ist es nicht. Die Sehnsucht bleibt. Der Austausch ging immer schneller von Stab. Und dann sagt dieser Fremde, gib mir zu trinken. Als sie da am Brunnen um die Mittagszeit Wasser holt. Und sie isst durcheinander. Sie gibt ihm gar nichts. Sondern sagt, du, ein Jude, bittest mich, eine Samariterin, dass ich dir Wasser gebe. Was bist du für ein Typ? Wieso das? Das geht nicht in meinen Kopf hinein. Und dann reden die miteinander hin und her. Und dann kommt der Punkt, wo der, der an diesem Brunnen einsam sitzt, zu ihr sagt, geh, hole deinen Mann. Und dann überlegt sie. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Interessante Antwort. Und Jesus sagt, stimmt, du hast keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Jetzt beginnt sie zu zittern. Der ist fremd und weiß ihre innersten Geschichten. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann ist der schönste Satz in dieser ganzen Geschichte. Da ließ die Frau ihren Krug stehen. Und was macht sie? Die rennt die Strecke zurück. Hätst du ja mit dem Krug auch machen können, oder? Wieso lässt sie den Krug stehen? Deswegen ist sie ja gekommen. Sie hat jetzt etwas. Sie hat etwas erfahren. Da ist einer, der ist ganz anders als alle bisherigen. Und sie hat begriffen, diese Sehnsucht liegt auf einer Ebene, die lässt sich hier nicht stillen. Die Sehnsucht, die du hast, die ist viel, viel tiefer. Und jetzt kommt der Schock für dich. Unsere Sehnsucht in der Ehe, wie kann sie gestillt werden? Willst du es hören? Hoffentlich laufen dir nicht alle davon jetzt. Sie kann nicht gestillt werden von deinem Ehepartner. Auch nicht vom Nächsten und vom Nächsten und vom Nächsten. solltest du so dumm sein, wie diese Samariterin dumm war, bevor sie zu Jesus kam. das, wonach wir uns sehnen, das kann das Gegenüber dir nie geben. Das gibt es nicht. Den Menschen gibt es nicht auf dieser Welt. Obwohl es, damit er nicht ganz verzweifelt, es wunderschön ist, ein Gegenüber zu haben. wenn dieses Gegenüber auch verstanden hat, dass die tiefste Sehnsucht dein Papa im Himmel dir stillt. da habe ich eine Geschichte gelesen, eine erfundene. Das ist also eine abgewandelte Schöpfungsgeschichte, die uns zeigt, in welchem Dilemma der Mensch nach dem Sündenfall ist. Und so erfunden sie ist, so drückt sie eigentlich viel aus. auch eine Schöpfungsgeschichte aus dem asiatischen Raum. Als der Mann die Frau empfängt, stammelt er nur mehr zu seinem Schöpfer. Danke, danke. Er kann es gar nicht erwarten, mit dir nach Hause zu kommen. Er hat eine Frau gekriegt. Und er ist über, über, über glücklich, so was Schönes in die Hand zu bekommen. Und dann vergeht die Zeit und dann ist dieser Überglückliche mit ihr wieder da beim Schöpfer und meldet, ich habe eine Bitte. Könntest du sie wieder zurücknehmen? Und dann geht er traurig davon. Vorher hat er noch den Grund angegeben. Unmöglich! Widerspenstig! Hat einen eigenen Willen! Eigenes Denkvermögen! Versteht mich nicht! Und, 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 und. Ihr versteht das! Ihr Männer! Eine Weile später ist er wieder da. Der eine, der jetzt allein ist. Könnte ich sie bitte wieder haben? Ich dachte, das ist nicht zum Aushalten. Ich habe festgestellt, mit ihr unmöglich. Ohne sie unmöglich. Das ist diese Geschichte. Das ist das Dilemma seit dem Sündenfall. Wir sehnen uns nach dem Gegenüber und wenn wir es dann haben, stellen wir fest, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Woran liegt es? Ja, weil wir ursprünglich nach dem Bilde Gottes geschaffen waren. Und jetzt sind wir aber, wie es dann eine Weile nach einigen Kapiteln im ersten Buch Mose heißt, von Seed, der war jetzt nach dem Bilde, das nach dem Sündenfall sich herauskristallisiert hat. jeder von uns kann zuckersüß sein. Also wenn ihr mich so anlächelt, dann könnte man wegschmelzen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, wie ihr schauen könnt, wenn ihr verärgert seid, wenn euch etwas erregt, wenn ein Grimm hochsteigt und schon wieder dasselbe. Kann ich mir auch vorstellen. Wir können wie bei einer Münze die Seite zeigen, aber nach Bedarf auch die andere Seite herzeigen. Wir können das. Und dann fahren die Stacheln aus. Nicht so wie bei einem Kätzchen. Da staune ich ja immer wieder. Was das für ein Samtpfötchen ist. Wenn du das über die Wange führst, ist es so zart. Und im nächsten Moment Das ist es seit dem Sündenfall. In dem stecken wir drinnen. Wie kann unsere Sehnsucht gestillt werden? Wenn du meinst, dass das dein Ehepartner könnte oder falls der noch nicht vorhanden ist, dass das der zukünftige könnte. Du wirst es nicht erleben. Aber du wirst erleben, wenn du bei dem andockst, der dich für ganz etwas anderes geplant hat, dass es dann auf einmal auf der Ebene auch ganz anders funktioniert. Wir wollen uns ein paar Dinge anschauen. Erstes Buch Mose, Kapitel 2. Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das haben alle schon festgestellt. Ist nicht gut. Viel feiner zu zweit. Aber viel feiner allein, wenn du es nicht aushältst. ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Eine Gehilfin, so hat das Luther übersetzt. Das Wort, was hier im Hebräischen ist, das kann man schwer wiedergeben, weil es ist so etwas, was dir gegenüber steht, als eine Ergänzung. Früher hat man, zum Teil sieht man das heute noch, im Möbelbau, wenn es ein Massivholz ist, dass man die Ecken mit so einer, wir nennen das in Österreich eine Schwalbenschwanz Verbindung, so ineinander gefügt hat. Und so ist das. Wir ergänzen einander. Das Männliche ist die Hälfte, das Weibliche ist die Hälfte und wir spüren, uns fehlt was. Und wenn es dann da ist, ärgern wir uns, dass das ganz anders ist. Dabei ist es genau die Ergänzung. Gut so, dass es anders ist. Sonst wird es nicht zusammen passen. Aber dazu braucht es einiges. Gehilfin. Wir gehen 500 Jahre zurück in die Zeit Luthers. Luther predigt gerade vor seinen Theologiestudenten, kommt eine Schar von Nonnen bei der Tür herein. Die Männer haben geschaut. Nonnen, die sind abgeschlossen hinter Kloster Mauern. Ein ganzes Rudel. Und da lauter junge Männer. Ja, was war geschehen? Die sind getürmt. Versteht ihr den Ausdruck? Davongelaufen. Raus aus dem Kloster. Sie haben die Bibel gelesen, die jetzt Lotta übersetzt hat, haben festgestellt, das ist ja gar nicht nötig, dass man allein bleiben muss und nur dann in den Himmel kommt. Man kann auch zu zweit in den Himmel kommen. Jetzt waren sie da unter den Theologiestudenten. Und Luther hat das dann so eingerenkt, er hat die antreten lassen und hat zu seinen Studenten gesagt, sucht euch eine aus. Und das hat funktioniert. Ganz einfach. Jeder hat sich eine ausgesucht und die Sache war erledigt und es gab keine Nonnen mehr. Die Führende der Truppe, die hat sich natürlich auch einer ausgesucht und als der auf sie zugekommen ist, sind so betrachtet und hat gesagt, nein, als Einzige. Die hat er nicht genommen. Als Frau vor 500 Jahren kommt ein Mann auf sie zu und die sagt nein. Ist ja unerhört. Ja, dann hat sie keinen. Sie den nicht will und dann hat Luther seinen Vater besucht und hat gesagt, stell dir vor, was bei uns passiert ist. Da kommen die da herein und dann wird jede verheiratet bis auf eine. die Chefin der Truppe die willensstärkste war nicht einverstanden mit dem Werber und dann schaut der Vater ihn so an und sagt die ist so stur wie du die passt zu dir nimm du sie Luther war entsetzt er schon ein reifer Mann und dann kommt er zurück schaut sich die noch einmal so an merkt die ist wirklich so stur wie ich die nehme ich so kam er zu seiner Katharina von Bora eine Nonne heiratet einen Mönch das war Reformation die Reformation hat die Ehe erhoben die schon im Paradies ursprünglich gedacht war paradiesisch gedacht war aber durch den Sündenfall nicht mehr paradiesisch ist und das erlebt jeder und die noch davor stehen gebt euch nicht der Illusion hin dass Ehe paradiesisch ist aber Ehe kann unheimlich spannend werden wenn beide das entscheidendste die entscheidendste Verbindung hergestellt haben aber nur dann nehme ich die Verbindung nach oben also wenn ich die Geschichte lese da kommt es immer in mir hoch dass ich mir denke das gibt es ja nicht dass ein 40 jähriger Sohn des Hauses und dann geht der Manager des Vaters von dem Betrieb auf Brautschau schau ihr Vater ist Firmenchef und sagt seiner rechten Hand du suchst für meinen Sohn damit die Firma kümmert die gut läuft die richtige Frau so geschehen bei Abraham und Eliezer und der Sohn Isaac 40 Jahre alt sagt das ist gut so der hat mich schon vorher verblüfft mit 20 weil der Vater sagt du legst dich jetzt auf den Altar und dann mache ich deinem Leben ein Ende und der Isaac sagt gut so und legt sich hin irgendetwas hatte der was uns fehlt absolutes Vertrauen nach oben und jetzt vertraut er auch denn er hat gesehen dieser Eliezer hat eine Verbindung da nach oben und das macht es aus und dieser Eliezer als erfahrener Mann als er dann dort bei diesem Brunnen in der Fremde diese Frauen betrachtet diese jungen Frauen die Wasser holen fällt ihm eine auf die mit einem ganz anderen Einsatz bei der Sache ist die ist mit Begeisterung dabei die freut sich dass sie da Wasser schöpfen kann und die spricht er an mit einem Gebet das er vorher gesprochen hat und diese Frau ist bereit etwas zu tun obwohl sie weiß was Kamele wenn sie länger unterwegs waren trinken ich ich habe als junge Kühe gehütet und wenn ich die dann von der Weide nach Hause gebracht habe und dann kamen wir zum Dorfbrunnen und da hat ständig blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub ist es da hineingeronnen aber dick und so ist es auch wieder weggeronnen und der Brunnen war der Speicher und dann haben sich die Kühe da angestellt das heißt gleichzeitig konnten dann die zehn Kühe trinken und wenn die ihre Schnauze da eingetaucht haben dann sahst du den Wasserspiel so ging das hinunter und im Nu sahst du den Grund des Brunnens ich habe immer gestaunt boah die können saufen diese Kühe da blieben wir als Junge der Mund offen und so sind Kamele nur der Brunnen im Orient wo diese Rebecca das Wasser geholt hat das war und dann in die Tränke und in dem Moment wo es ausgeschüttet ist schon wieder weg sein Kamel sauft 80 Liter zehn hatte der mit 800 Liter das hol ich mal drauf in der Hitze des Orients und die sagt ich will auch deine Kamele tränken da hat er gewusst die ist und als die dann ihre Geschenke kriegt und der Vater und der Bruder sehen wie viel Gold da herüber kommt aus dieser Verbindung waren die sofort einverstanden und haben alles fertig gemacht aber dann kommt etwas Interessantes als alles schon klar ist wird Rebecca gefragt willst du mit diesem Manne ziehen wir haben eine interessante Reihenfolge die Erfahrenen prüfen das Ganze und der Eliezer stellt fest super Charakter hübsch fleißig geschwind behendet zuvorkommend freundlich höflich einfach zum Gern haben ihre Eltern stellen fest da ist auch wirtschaftlich allerhand da bei diesem Abraham und Isaac und als das alles geklärt ist wird sie gefragt willst du und wenn sie gesagt hätte nein wäre nichts gewesen merken wir die Weise die Erfahrenen klären das zuerst ab und wenn die gesagt haben es wäre okay dann kann sie entscheiden heute bei einer Eheberatung die kamen gerade zu mir dieses Pärchen ich sehe immer interessant wie sie kommen wisst ihr mir passieren folgende Dinge da sitzt ein Paar vor mir und meistens ist es sie die herüber haucht wir wollen heiraten ganz selten dass ich das von ihm höre und dann wenn diese Barberatung vorüber ist sitzt wieder wer da Tränen überströmt es geht nicht mehr und das erlebe ich oft an einem Tag von einer Minute zur anderen und es kann auch umgekehrt sein dass gerade wer Tränen überströmt da sah und die nächsten kommen wir wollen heiraten und ich habe gerade noch meine Gedanken bei dieser Ehekrise und ich frage mich immer wieder woher diese diese hoffnungsvolle Grundhaltung und das ist einem Grund was wunderschönes denn das ist so wie bei einem kleinen Kind wenn ich das anschaut so voller Vertrauen mit dem kannst du ja alles machen mit dem Kind und so kommt mir das bei einer jungen Verbindung vor du kannst alles machen aber nicht alles was du machen kannst ist gut es gibt auch Missbrauch und viele Junge meinen das weiß ich schon und sie tappen so in die Falle wie ein vierjähriges Mädchen das von irgendeinem erwachsenen Mann mit ein paar Zuckerln und Bonbons in den Keller gelockt wird so kommt mir das mitunter vor was dann stattfindet ist Missbrauch von dem was Gott gedacht hat es fehlt eine Erfahrung wenn du noch davor stehst es ist gut wenn du Erfahrene befragst du entscheidest sowieso selbst aber du sie fragst und meistens ist es so dass sie dir nicht nur das Positive dann sagen und wenn man dann mit dem Negativen auch leben könnte sich denkt ja das halte ich schon aus vielleicht vielleicht auch nicht dann geh nur vorwärts zuerst musste er eine Reihe von Feinden töten 100 war die Vorschrift dabei war die Abmachung so gewesen wer den Riesen Goliath erschlägt der bekommt die Prinzessin die die Königstochter so dann wurde der Goliath erschlagen und die Königstochter wurde einem anderen gegeben da hat David geschaut der Wille des Königs aber er hatte noch mehr Prinzessinnen Töchter und die nächste die ist froh dass die ältere Schwester einem anderen gegeben wurde denn sie ist verknallt in David sie liebt ihn und der König ist aber mittlerweile nicht mehr so überzeugt dass das so das richtige ist dass das der Schwiegersohn wird weil er merkt der ist viel zu gut der ist der ist mehr als ich der ist besser wie der Vater und eigentlich wäre es besser der stirbt meint der König und der Herr sagt er zu David wenn du dir Beweis lieferst dass du 100 Philister getötet hast gehört sie dir David geht hin tötet 200 sagt bitteschön jetzt geht es nicht mehr anders aber diese Michael war von anderem Geist als dann David fliehen muss in der Zeit er ist ja zehn Jahre auf der Flucht gibt der König die Michael wieder einem anderen so wie er schon die erste einem anderen gegeben hat dann vergehen die Jahre David wird König über Judah es gibt einen Bürgerkrieg zwischen dem Nordreich dem Südreich und dann kommt es zu einer Annäherung und es ist interessant was David dann als Bedingung stellt er will nur dann König werden über das Ganze wenn er seine Frau zurück kriegt zuerst da ist einer mit einer Chance König über das Ganze zu werden und er sagt ich mache es nur wenn man mir zuerst meine Frau zurück gibt das heißt es ist ihm die Frau wichtiger wie das Königreich das wäre ein Mann und sie kommt zurück und dann kommt die Geschichte wo die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wird und David weiß nicht mehr wohin mit seinem Glück der springt da vor der Bundeslade herum die Musik spielt Opfer werden gebracht es ist ein Festzug ein Freudenzug die Bundeslade wird überführt nach Jerusalem und die Michael guckt durchs Fenster sie war nicht dabei das war ihr zu minder sich so herabzulassen und wie der David heimkommt über die Ballasttreppe hinauf geht empfängt sie ihn so mit eiskaltes Wasser in symbolischer Sprache wie du dich heute aufgeführt hast und dann kommt eine Flut kränkender Worte und nach dieser Geschichte steht und Michael hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes von dem Tag an waren die zwei wie geschieden eine Flut kränkender Worte er war im Überschwang eine Freude dass jetzt Gottes Heiligstes da ist und sie hat ihn beschüttet mit giftigen sarkastischen Worten wie kann unsere Sehnsucht in der Ehe gestillt werden sicher nicht so eine andere Geschichte die Kinder die David hatte die Söhne die Bibel sagt die waren von einer Schönheit da hat jeder den Atem angehalten wenn so ein Königssohn kam dass es sowas gibt und ganz besonders schön war Absalom der hatte ja ein Haar wie ein Schaf der musste das einmal pro Jahr mindestens scheren sonst hätte es ihm den Kopf nach hinten gezogen der hätte den Kopf nicht mehr gerade halten können wenn man das Gewicht nachrechnet das Haar habt ihr schon mal Haar gewogen vielleicht habt ihr eine Apotheker Waage zu Hause da musst ja einen Riesenberg haben und dann denkst dir ist überhaupt da was ist da ein Gewicht das Gewicht von Absaloms Haar wog über zwei Kilogramm jetzt verstehe ich die Geschichte wo er da an der an dem Ast hängen blieb für mich wäre das kein Problem gewesen da hängen zu bleiben aber für ihn mit der Wolle da oben das trug ihn so ein Haar hatte es war kein Mann so schön in Israel und er hatte eine Schwester ihr könnt ihr euch die vorstellen da würden alle Models neidisch werden wenn sie die gesehen hätten die war sowas von schön und so schön und sie haben sie alle beneidet und diese Schönheit wurde ihr zum Verhängnis denn ihr Halbbruder der Amnon der wollte sie unbedingt haben der gewusst es geht nicht das ist meine Halbschwester und sein bester Freund hat eines Tages gesagt mein Königssohn was fehlt dir du wirst so mager steht in der Bibel man kann sich also innerlich so zerfressen dass du mager wirst wie der sagte mir ich hätte so gern die Tamat die Schwester vom Absalom wenn ich die nicht kriege ich kann nicht mehr schlafen wenn ich die nicht habe das macht so und so und so der gibt ihm einen Plan wie verlief der Plan Amnon wird schwer krank zumindest liegt er im Bett und sagt so König David besucht ihn sagt mein Sohn was ist ja mir geht so schlecht ja was machen wir da ach ich hätte so gern wenn meine Schwester Tama käme und mir was zum essen macht das war der Plan ja und dann kommt die knetet da den Teig und backt und macht Kuchen und Brot und alles und dann setzt sie ihm das vor das ist die ganze Dienerschaft da dann lässt Amnon alle hinaus gehen und als sie sich nähert packt er sie als keiner mehr da ist als sie merkt was da für Absichten sind dass der krank ist vor Liebe sagt sie nicht so so tut man nicht in Israel und dann steht er aber wollte nicht auf sie hören seit Monaten hat er sich nur vorgestellt wie das ist und jetzt wollte er nicht mehr länger warten frag meinen Vater der wird mich dir nicht versagen machen wir es ganz schön in Ordnung der Reihe nach wie sich gehört er aber wollte nicht auf sie hören er fällt über sie her und dann steht ein ganz seltsamer Satz in der Bibel nachdem dann dieser Gewaltakt vorüber ist ein ganz seltsamer Satz und der hat sich seitdem x Fach wiederholt 2. Samuel Buch Kapitel 13 15 ist die Sache vorüber sagt er in Vers 15 und Amnon wurde ihrer übertrüstig das ging aber schnell er wurde ihrer übertrüstig 2. Buch Samuel Kapitel 13 Vers 15 und zwar so übertrüstig sodass sein Widerwille größer war als vorher seine Liebe in Anführungszeichen es war nämlich nicht Liebe es war erotisches Begehren er begehrt ihren Körper und er hat sich das traumhaft vorgestellt und jetzt wo er genau zu dem gekommen ist was er wollte war es nicht das was er sich vorgestellt hat und warum nicht weil es nicht dem göttlichen Plan entspricht er hat Gewalt angewendet er kam genau zu dem was er wollte aber das Ergebnis war nicht was er wollte und das erleben wir ständig Tag für Tag jetzt in dieser Stunde basiert es auf dieser Welt wir nehmen was wir wollen aber bekommen nicht was wir wollen du bekommst nur dann das wonach deine tiefste innere Sehnsucht schreit und lächzt wenn sich dein Wollen mit dem göttlichen Plan deckt das muss zusammenpassen und wenn es verschoben ist dann erreichst du zwar was du willst aber du erreichst das Ergebnis nicht von dem was du willst du erreichst nur die Handlung aber nie das Ergebnis das Ergebnis kannst du nur in Übereinstimmung mit Gottes Willen erreichen nur da ein Satz ist auch sehr schön in der Bibel da kommt ein Flüchtling sucht um Asyl an und dann gefällt ihm die Tochter des Hauses und damals war es so üblich und das hat mir immer sehr gefallen wenn ich das gelesen habe diese alten Sitten die haben schon was für sich besonders wenn man ein Vater von zwei Töchtern ist dann gefällt einem das besonders gut zur damaligen Zeit was üblich dass ein Brautwerber dem Brautvater eine entsprechende wirtschaftliche Leistung erbringen muss das heißt auf heute übertragen dass er ein Sparbuch hinterlegt mit entsprechend vielen Nullen hinten dran ich meine nicht den Kontoauszug wo viele Nullen sind aber wenn man die Brille aufsetzt sieht man vor den vielen Nullen steht ein kleiner Strich ein Minus also nicht die Zahl macht es aus sondern was steht vor der Zahl und so jetzt kommt er aber als Flüchtling alles was er hat ist ein Stab und jetzt möchte eine Frau was soll er jetzt machen er hat nichts er ist geflohen von zu Hause aus Angst vor dem Bruder Esau der Jakob jetzt sieht er da die Rahel und wenn ein Mann eine bestimmte sieht dann ist es um ihn geschehen was soll er jetzt tun und damit er sie kriegt sagt er ich bezahle für sie sieben Jahresgehälter sieben Jahreslöhne stellt euch mal die Summe vor schon mal durchgerechnet was ihr in einem Jahr verdient und jetzt macht das mal sieben nicht was ihr in sieben Jahren erspart insgesamt der Lohn von sieben Jahren so viel hat noch nie ein Mann für eine Frau bezahlt und dann kommt ein Satz und der wirft mich um und wie kommt es ihm vor in der Zeit wo er Tag und Nacht arbeiten muss weil auf die Schafe musst du besonders in der Nacht aufpassen weil da schleichen sich die wilden Tiere an nicht am Tag da kommen sie dieses ganze Raubzeug um ein Schaf zu ergreifen da musst du also die Augen aufhalten wenn alle schlafen und in der Nacht wird es auch fröstelnd auch dort der schuftet sieben Jahre und was steht dort für ein Satz und es kam ihm vor als wären einzelne Tage als ob es eine Woche wäre er hat nämlich vorausgedacht vorausgedacht wenn der Tag kommt dann die riesen Erwartungshaltung und dann fällt der Schleier oh hat die nicht ursprünglich anders ausgesehen und der Vater sagt ah ja haben wir das nicht beredet naja dann holen wir das jetzt nach aber kein Problem wir können das ganze ja noch einmal so machen sieben plus sieben und dann hast du beide im Doppelpack gibt es normalerweise dann immer günstiger aber hier war es sieben plus sieben Liebe Gott hat es so gemacht dass Liebe sich vermehrt buchstäblich das ist so schön wo Liebe ist da kommt was Neues dazu das ist so eigenartig man hätte Gott auch ganz anders machen können dass wir einfach wenn wir Lust dazu haben dann wächst das einfach heran weil wir sagen ab jetzt möchte ich das nein es braucht zwei und es braucht Liebe nicht nur erotisches Begehren damit das entsprechend fein wird und wenn jetzt so etwas kleines heran wächst und dann auf die Welt kommt und da ein neues Wesen ist gestaltet das vieles um es gab so Zeiten da haben Gläubige gesagt jetzt ist es nicht mehr günstig ein Kind in die Welt zu setzen und wenn das besonders gepasst hat dann zu dem Zeitpunkt als einer auf die Welt kam wo es äußerst ungünstig war ein Baby zu sein vor allem ein männliches als nämlich der Pharao geboten hat wenn irgendwo ein kleiner Junge auf die Welt kommt dann nehmt ihn beim Nil gibt es genug Tiere die sich darauf freuen wenn ein Baby im Wasser auftaucht weg ist es werft alle Kneblein in den Fluss schrecklich und just zu dem Zeitpunkt bei dieser Geburt und ich kann mir vorstellen dass da jede Mutter jeder Vater gehofft hat hoffentlich wird sein Mädchen und was kommt raus ein Junge damit fangen die Probleme an was tust du jetzt der wird zum ungünstigsten Zeitpunkt geboren ungünstiger kann es einfach nicht mehr sein sein Leben ist ihm vorbei und das sieht man jetzt wieder so schön wie Gott unterwegs ist wo es am aller unmöglichsten erscheint wird aus dem Jungen der jenige der den größten Anteil an unserer Bibel hat seitenmäßig keiner hat so viel geschrieben wie Mose als Baby am ersten Tag hätte schon tot sein sollen keiner hat so viel geschrieben keiner außer ihm hat vom höchsten persönlich die zehn Gebote das Gesetz des Höchsten persönlich überreicht bekommen wer sonst und wer hat den Löwenanteil dran wer ist die größte weibliche Gestalt im Neuen Testament klar Maria wer ist die größte weibliche Gestalt im alten Testament die wenigsten kennen ihren Namen die Mutter von Mose sie ist die größte Joche weht die hatte zwölf Jahre Zeit zwölf Jahre und das war gut dass sie wusste ich habe nur zwölf Jahre Zeit wir wissen es nämlich nicht wir meinen wir hätten ewig Zeit du hast auch nur zwölf Jahre Zeit denn in den ersten zwölf Jahren wird alles entscheidende an Grund gelegt darum ist es ja so entscheidend dass unsere Kinder nicht an die öffentliche Schule gehen schon gar nicht in die Grundschule das ist am allerschlimmsten und noch schlimmer der Kindergarten in diesen zwölf Jahren sie wusste ich habe nicht viel Zeit hat sie täglich ihrem Jungen klar gemacht was es mit dem Papa im Himmel auf sich hat unsere Sehnsucht wird auch gestillt in der Ehe wenn wir den Segen haben dass es Nachwuchs gibt und wenn wir auch da nach dem göttlichen Plan vorgehen und jeden Morgen jeden Abend diese Geschichten erzählen die entscheidend sind täglich immer 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 wieder das trägt Frucht denn diese Geschichten die hat uns unser Papa im Himmel eingegeben ich bin zur Zeit in den Vorarlberger Bergen unterwegs das ist also das Bundesland Österreichs was da an die Schweiz grenzt am Bodensee und da gibt es gegen Süden hin die herrlichen Berge diese herrlichen Skigebiete und da mittendrin in so einem Tal da ist eine Buchevangelistin unterwegs kommt zu einem Haus und sie zeigt ihre Bücher mit dem Lesen haben sie es nicht so vielleicht mit dem Hören es gibt auch Hörbücher Kinderbibel als Hörbuch das wurde genommen so was haben diese 10 und 12 jährigen Mädchen gemacht jeden Abend CD gehört Bibelgeschichten nach einer Weile sagt die römisch-katholische Religionslehrerin im Unterricht jetzt sag einmal woher weißt du das alles von der Bibel CD was meinst du da ja dann hat sie das erklärt was sie da hat könntest du das einmal mitnehmen mitgebracht darf ich mir das ausbauen ja nächste Stunde kommt die Religionslehrerin mit dem CD-Player legt die CD ein und sagt jetzt hören wir eine Bibelgeschichte die Kinder waren begeistert nächste Religionsstunde CD-Player jetzt hören wir eine Bibelgeschichte ein Mädchen hat eine ganze Klasse verändert ein Mädchen sie hat diese Geschichten gehört und immer wenn ich dort hinkomme um mit den Eltern am Abend einen Bibelkreis zu haben was höre ich aus dem Kinderzimmer die Bibel CD beide hören sie intensiv was die schon für ein Bibelwissen haben 10 und 12 immer wenn die 12-Jährigen neu nach Jerusalem kam dann haben die Professoren der Universität sich den neuen Jahrgang der 12-Jährigen angesehen sie waren neugierig ist da irgendwo einer drunter der ein bisschen übertrüber ist wie die anderen der schon wenn man ihn anschaut wo man merkt seine Augen tief wie ein Bergsee und dann wollten sie sich mit diesen übertrüber Talenten auseinandersetzen und in dem Jahr ist einer dabei der weiß alle Fragen alle und dann stellt der Fragen aber die können sie nicht alle beantworten und sie vergessen dabei alles auch dass der junge Eltern hat und so alles wird vergessen und die Eltern vergessen auch mit all dem Gequatsche mit Verwandten und Onkel und Tante und Cousin und man ist fröhlich auf dem Heimweg aber am Abend vermissen die Eltern die helfende Hand von Jesus wo ist er sind sie schon einen Tag weg so jetzt müssen übernachten wieder einen Tag zurück müssen wieder übernachten dann können sie erst suchen und als sie ihn dann finden sagt ihr wisst ihr nicht dass ich im Hause meines Vaters sein muss neuer Vater woher wusste der so viel aus der Bibel Mama Mama hat es ihm beigebracht woher wusste er in Moses so viel dass der bereit war einen Spitzenposten aufzugeben der war bereit vom mächtigsten reich der damaligen zeit vom Chef Posten den er angeboten bekam vornehm zurückzutreten zu sagen brauche ich nicht und dann macht er einen eigenen Plan der schief geht und dann 40 Jahre bis es passt aber in zwölf Jahren hat Joche das Muster grund gelegt jede einzelne Familie ist eine kostbarkeit wie eine Einzelzelle bei einem Körper und wenn eine Einzelzelle zu spinnen beginnt Krebszelle wird und weiter wuchert geht der ganze Körper drauf Jede einzelne Familie ist entscheidend für diesen Körper einer Gemeinde Ein dicker Strom wie die Donau womit wird sie gespeist viele kleine Bächlein und jedes kleine Bächlein ist eine Familie zum Schluss kommt ein Strom zusammen wie wir jetzt hier sind Echt Schön wenn sowas drüber ist dann sticht man sich nicht Ich habe viele Jahre in Wien als Prediger meine Tätigkeit gehabt wir wohnten am Stadtrand und nicht weit von uns entfernt gab es einen Rosengarten so viele Rosen wenn du da so im Mai dort warst der Duft und diese Farben also da konntest du gehen stundenlang haben wir uns aufgehalten das war die schönste Erholung diese ganzen Rosen und dann haben wir gesehen da ist ein ganzer Trupp ständig dabei immer am Arbeiten da wurde gejätet ständig gejätet ständig gejätet da wurde gegossen da wurde umgegraben dieses Jäten ist die Vergebung in der Ehe du kannst dir sicher sein dass dein Gegenüber Dinge macht die dir wehtun unter Garantie was machst du was machst du jetzt brichst du jetzt das ganze ab wirfst du es fort oder setzt du die Heilung der Vergebung ein der Regen von oben Spätregen wir brauchen den Geist Gottes dazu ja und wenn die Sonne drauf scheint mit Liebe gedeiht alles das wissen wir ja und eingewurzelt soll seine Rose ja in der Erde sein weil wenn du sie einmal abschneidest lebt sie nicht lang eingewurzelt in der Erde im Humus im Wort Gottes in der Bibel sonst wird das nicht gedeihen das ist ein Muss es geht nicht anders Nikolai kannst du mir helfen da bist du darf ich dich bitten ich brauche einen Techniker komm bitte an meine Seite da hinten findest du ein technisches Gerät versteckt diese Herdplatte kannst du mir die mal herbringen wir haben ja so manche Dinge erfunden womit wir etwas erhitzen können kannst du es mal so schräg halten damit man das schön sieht und das um und auf an dem Ganzen sind nicht die Knöpfe zum Einschalten sondern dieses da von dem hängt so viel ab und wir erleben immer wieder wenn Liebe anfängt das ist Stecker in der Steckdose und dann merkst du das wird heiß da kann man sich wärmen das ist fantastisch und was erleben wir auch wenn der Stecker aus der Steckdose ist auf einmal ist das was sonst so warm ist ganz kalt es ist die gleiche Wohnung das gleiche Haus das gleiche Zimmer die gleiche Möbel aber was sonst warm ist ist auf einmal ganz kalt weil das entscheidende fehlt weil nämlich die Liebe ausgefallen ist diese Stromzufuhr wie kann unsere Sehnsucht gestillt werden wir können allein das nicht heiß machen das können wir nicht wir werden mitunter heiß wegen irgendetwas nicht ein Mann sieht eine wieder ganz heiß wenn er wüsste Salomo hat drüber geschrieben der geht danach wie ein Stier der zur Schlachtbank geführt wird ein Narr Salomo wusste wovon er spricht wir brauchen das diese Steckdose dieses diesen Strom von oben Liebe kannst du nicht aus dir selber heraus produzieren du brauchst die Stromquelle denn das was wir mitunter so kurz ganz kurz bekommen ist so ein Auflackern so wie wenn du merkst da ist so ein Wackelkontakt aber was wir brauchen ist das beständige feste jeden morgen jeden Abend das ist das entscheidende Dankeschön in dem Buch das Leben Jesus von Ellen White steht am Ende dieser Geschichte vom zwölfjährigen Jesus wo die Eltern in drei Tage verzweifelt gesucht haben sie haben in einem Tag aus den Augen verloren mussten in drei Tage suchen und dann kommt das Prinzip hast du das auch schon so gemacht hast gedacht heute habe ich Luther hat das begriffen der hat gesagt heute habe ich so viel zu tun das schaffe ich nie was mache ich jetzt ich mache längere Andachtszeit als sonst das ist Weisheit nicht umgekehrt am Ende von diesem Kapitel im Leben Jesu auf Seite 67 steht ein schlichter Satz und so kann deine Sehnsucht in der Ehe gestillt werden wollt ihr das auch noch hören es wäre gut für uns täglich was jetzt kommt es wäre gut für uns täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken das ist die Antwort auf unser Thema unsere Sehnsucht in der Ehe wie kann sie gestillt werden es wäre gut für uns täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken und das eignet sich natürlich vorzüglich wenn man dieses Buch liest das Leben Jesu und dann steht was dann die Folge ist wenn du das mit offenem Herzen tust wenn du Jesus betrachtest dann passieren drei Dinge das erste das ist so schön dass das da steht das ist jetzt das Geheimnis eines glücklichen Ehelebens es wird deine Liebe wachsen jetzt stell dir vor deine Liebe wächst was das für deinen Ehepartner heißt wenn deine Liebe wächst unschlagbar das ist es ja woran es uns mangelt betrachtest du Jesu Leben schwappt seine Liebe von ihm zu dir herüber und du kriegst Power diese Kraft dieses Dynamit ist das Erste das Zweite wenn wir täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachdenken wächst unser Vertrauen zu unserem himmlischen Papa und wenn unser Vertrauen wächst dann trauen wir uns Dinge zu tun die er uns sagt und so trauen ist ja interessant manche getrauen sich in einer Trauung trauen zu lassen aus Vertrauen und immer wieder stehe ich dann vor diesen beiden und frage willst du willst du jeder wartet dann auf das was dann da kommt willst du wenn wir das lesen wie er ist wächst das Vertrauen dann kommt das dritte übrigens wenn es Vertrauen wächst ist dir was dann weniger wird das Misstrauen und jedes Misstrauen gegenüber Gott und unseren Mitmenschen das ist die Sünde jede Sünde ist ein Misstrauen das heißt wenn es Vertrauen wächst sündigst du immer weniger so einfach ist es jeden Tag eine stille Stunde über das Leben Jesu nachdenken was ist das dritte auf die Art und Weise wenn du ihn so betrachtest wirst du mit dem Geist Gottes erfüllt dann wirst du göttlich dann wirst du Teilhaber der göttlichen Natur und wenn du mit dem Geist Gottes erfüllt bist dann denkst du anders dann handelst du anders dann liebst du anders dann vertraust du anders und dann wird deine Ehe anders denn wenn du dich veränderst dann verändert sich auch dein Gegenüber wir wollen ja immer den anderen verändern aber die Chance ist wenn du dich veränderst aber du kannst dich selber nicht verändern aber er kann dich verändern wenn du täglich eine stille Stunde zu seinen Füßen sitzt das ist das Geheimnis deine Liebe wird wachsen dein Vertrauen zu ihm und du wirst mit dem Geist Gottes erfüllt und jetzt kommt noch das Gesamtergebnis die Bilanz du wirst dann auf der Wolke sein wenn er kommt möchtest du da dabei sein Amen und ein Gott an a 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 Musik 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 Musik